Wir haben zusammengekommen seit fast neun Jahren, das ist schwer zu glauben, und wir denken über Kinder zu haben. Ich weiß nicht, dass es das ist. Die wichtigste Frage, die offen ist, ist, wie bringen wir unsere beiden Wünsche, was wir in unseren Berufen erreichen wollen, zusammen mit einer funktionierenden Familie.